Peace Leute, bevor das Video anfängt, hier eine kleine Information zu meinem Fortnite-Turnier, was am 1.2. um 18 Uhr auf meinem Twitch-Kanal gestreamt wird. Für die Anmeldung kommt morgen, also Freitag um 16 Uhr, ein neues Video online. Da sind alle Informationen drin, was ihr denn auch gewinnen könnt, etc. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, Leute. Let's go! Peace Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal was ganz, ganz Neues, Leute. Vielleicht machen wir daraus sogar ein kleines Format. Wenn ihr darauf Bock habt, müsst ihr dann nur einen Namen finden. Also werde ich gleich dazu kommen, was es überhaupt angeht. Aber ich war, Leute, meinen Discord am aufräumen. Ich habe den Discord komplett aufgeräumt. Deswegen, vielleicht habt ihr letztens den ersten Post gesehen, dass ich inaktive gelöscht habe. Ich musste das leider machen, weil mir leider Discord ein paar Features nicht gibt, weil ich zu viele inaktive Abonnenten habe. Ah ja, auch auf YouTube habe ich natürlich viele inaktive Abonnenten. Aber ich habe sie auch irgendwie auch auf hier Discord. Und da musste ich halt einige löschen, damit ich da ein neues Feature bekomme. Aber das soll jetzt erstmal Nebensache sein. Denn das Ding ist, Leute, ich habe eine Rubrik, die nennt sich Deine Promo. Und ja, wir hatten jetzt schon hier welche Leute, die sogar extra nachgefragt haben, ob sie überhaupt hier Werbung machen dürfen. Hier zum Beispiel der WS Marv. Der hat jetzt hier nach einem Logo-Designer gesucht. Deswegen, wenn ihr Logos designen könnt, Freunde, schaut gerne mal vorbei. Ich habe hier auch extra Everyone angepingt, dass das die Leute sehen. Und das Ding ist aber, Leute, ich habe ja nicht viele Klicks. Ich weiß, ich habe echt nicht viele Klicks. Aber es gibt haufenweise kleine YouTuber, die auch keine Klicks haben, die aber sehr, sehr talentreich sind. Und deswegen, Leute, habe ich mir gedacht, also er postet hier wirklich sehr viel rein bei mir, der Use-Code LPX. Um den geht es heute. Der zockt gerade sogar. Duo mit irgendeinem Mate ist natürlich auf meinem Server hier Epic verifiziert. Ganz wichtig, Leute, wenn ihr auch bei meinem Turnier mitmachen wollt oder so, müsst ihr immer Epic verifiziert sein. So mache ich immer meine Kastengames. Aber, Leute, das Ding ist, und das ist jetzt echt krank, denn ich habe auf sein Video geklickt, das hier oben von Trimax. Und das Ding ist, Leute, der Kerl, wir hören einfach mal rein, wir sehen, er hat 162 Abos. Und ich habe nur mal den Anfang angehört und angeguckt und ich dachte mir, Alter, Bro, der hat es drauf, der hat Talent. Und das werdet ihr gleich sehen, Leute. Und wir könnten gerne eine Talentschau draus machen, dass wir immer so kleine YouTuber anschauen, die vielleicht echt gute Videos machen. Und so, ich habe vielleicht nicht viele Klicks, vielleicht 1.000, 2.000 Klicks. Aber wenn von diesen 1.000, 2.000 Leuten ein paar zu ihm rübergehen, das wäre mega nice. Leute, wir können Liebe zurückgeben, das ist mega geil. Okay, aber jetzt nicht zu viel versprochen, jetzt guckt das Video an. Joll oder was geht? Hier ist wieder euer Lost Trimax unter Strich Y T. Yeah! Heute gibt es ein weiteres Soundboard-Showling auf meinem Kanal. Vielen Dank für euren Support, vielen Dank für eure netten Kommentare. Wir sind auf dem Weg zu 150 Abonnenten, also wenn ihr neu seid... Also bis hierher, Freunde, erstmal bis hierher, so viel Bearbeitung schon reingesteckt, das hat manch ein großer YouTuber nicht einmal. Also da erstmal wirklich, muss man sagen, Zucker. Abonniert gerne diesen Kanal, es würde mich sehr freuen. Wie ihr bereits vielleicht schon im Hintergrund gesehen habt, habe ich mir einen Fake Trimax-Account erstellt. Das gibt eine Anzeige. Darüber hinaus habe ich noch ein paar Sounds aus Trimax-Videos rausgeschnitten und ziehe dann in meinen Sound... So, und jetzt kommen wir zu dem tricky Ding, Leute. Der macht das mit Hotkeys, weil das ist ein Soundboard-Trolling. Aber das ist kein 0815 Soundboard-Trolling, Leute. Bruder, ich brauche jetzt selber ein Soundboard hier. Was ist los? ...Eingefügt. Wer das ganze Format nicht kennt, ich starte einfach eine Runde Random-Dos, labere den Typen dann komplett mit dem Soundboard zu und lasse ihn glauben. Auch richtig gut hier an dieser Stelle, Freunde. Muss man einfach sagen, dass er nochmal ganz schnell, ganz kurz das Format erklärt. Das ist ganz wichtig, weil vielleicht, wie ich jetzt zum Beispiel, komme neu auf seinen Kanal, sehe genau das Video und raffe erstmal gar nicht, was da eigentlich abgeht. Und dass er das hier nochmal erklärt, finde ich richtig stark. Wirklich. ...Glauben, dass ich der Echte bin. Wenn euch diese Aktion gefällt, lasst doch gerne diesem Video einen Daumen nach oben da. Trag gerne den Support nach Creator Code LPX ein und... ...Checks. ...Lüppix. ...Kanal ab. Ah ja. So, Leute, hier ist schon der erste Spieler, den wir gleich treuen werden. Ich bin gespannt auf seine Reaktion. Let's go. Hey, bist du deutsch? Hallo, du bist der Erste heute. Wie geht's dir? Ich bin der Erste, Trimix. Ja. Hey, Leute. Wie geht's dir? Alles klar bei dir? Ja, mir geht's gut. Okay. Wenn wir gewinnen, wenn wir Europaysafe machen. Ja, okay. Ist ein Deal, machen wir das? Ja, okay. Aber es gibt keinen Trostpreis. Wenn wir verkacken, liebe ich. Und das war's. Du siehst mich nie wieder. Okay. Okay? Ja. Digga, das Ding ist, wir kennen alle so Soundbots, Freunde. Wir kennen alle Soundbots. Bruder, ich kann das Wort nicht aussprechen. Aber es ist meistens immer so abgehackt oder so. Ich finde auch Max sein zum Beispiel, das ist schon ziemlich geil gemacht. Aber ich finde, das ist nicht so, dass du da ein Gespräch aufbauen könntest. Also finde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einen Ton mache. Ah ja, 0 Sekunden bis zum Video. Ach, ich muss erst Werbung gönnen, Leute. Ah ja, dann gönnen wir uns erst mal kurz Werbung. Schauen, solange wir weiter. Falls du gewinnen solltest, irgendwelche Gutscheinwünsche. Ja, Xbox. Xbox? Bruder, ich habe in meinem Leben noch nie Xbox gespielt. Xbox One ist einer der besten Konsolen, die ich jemals benutzt habe. Okay? Ja. PlayStation, habt ihr das gehört? Okay, perfekt. Wie alt bist du? Elf. Das Spiel ist ab zwölf Jahren. Das bist du ein bisschen zu jung noch für, ja? Ich bin zwölf. Digga, ja klar. Schaust drauf, Digga. Egal, sag du. Okay? Lass mal Pleasant Park landen. Ja, okay. Was ist das für eine angespannte Stille zwischen uns? Irgendwie unangenehm, oder? Ja. Junge, der... Wie das halt auch passt, Leute. No joke. Ich komme. Ach, so mit Gegner und so. Freunde. Also, was ich euch sagen wollte. So, das ist jetzt ein Soundbot vom lieben Max. Das hat er schon richtig stark gemacht. Also, wenn ihr da mal anguckt, falls ihr die App noch nicht kennt, checkt die auf jeden Fall gerne aus vom lieben Max. Deswegen, checkt das gerne aus. Aber, Leute, das Ding ist ja... Ah ja. Das ist so gar nicht so easy geht. Ja, rate mal. Denk doch einfach mal etwas nach. Du weißt doch, worum es geht. Das ist echt nicht einfach, da überhaupt ein Gespräch aufzubauen, dass die Leute das auch noch glauben. Und das hat er hier richtig stark gemacht. Meiner Meinung nach. Ich hab ihn, Junge. Weißt du, wie das passt, Digga? Es passt einfach. Wie geht's dir? Boah. Lol. Ja. Moin. Alter, lol. Moin. Moin. What the fuck? Boah. Ist das nicht ein Zufall? Digga, wies einfach. Hä? Hallo? Kannst du mich hören? Kann ich hören. Okay? Ja, ich kann schon, alles gut. Das Wichtigste ist einfach nur, dass du jetzt den Win holst. Oh, du hast mich so erschreckt. Na, wow ein Spaß. Ja. Wenn, wenn du gewinnen, das ist jetzt eine 100-Euro-Paysafe-Card. Wahrscheinlich, Leute. Ist ein Deal, machen wir das? Ja, gerne. Okay? Ja. Aber es gibt keinen Trostpreis. Wenn wir verkacken, liebe ich. Und das war's. Okay, Leute, das ist die Hälfte. Schaut bei ihm gerne hier das Video zu Ende, denn ich will euch hier noch das von Monte zeigen, Leute. Ist das der Echte? Nein. Warum nennst du dich dann so? Weil Monte feiere ich selber hart, deswegen. Und guckt mal den Namen, Leute. Er heißt wirklich bin aktiv, du passiv, weil er, ich glaube, das P ist irgendwie ein anderes Zeichen. Aber es sieht so real aus, Digga. Nee. Nein. Ich hab jetzt auch einen Supporter-Creator-Code. PIP-H. Einfach einen. Digga, was überlegt, Mann, Digga. Wie nice. Auf Ehrenbruder-Basis supporten. Kuss. Kuss. Gilt raus. Jo, Leute, was geht? Hier ist wieder euer bin aktiv, du passiv. Hä? Schau, wie heftig, Digga. Ach ja, Leute. Nachdem das letzte Video bei euch wieder mal richtig gut angekommen ist. Und zwar, wir haben über 30 Likes erreicht. Darüber hinaus auch noch über 400 Aufrufe. Freunde. Freunde. Gönnt euch mal. Überlegt mal. Er steckt so viel Arbeit rein. Und er freut sich über 32 Likes. Was ist er für ein Ehrenmann? Leute, jetzt mal no joke. Das macht fast keiner mehr. Weil jeder denkt, man kriegt hier mit YouTube 100.000 Millionen Klicks. Da braucht auch noch über 400 Aufrufe. Digga, das ist auf dem Boden geblieben, Digga. Von Fortnite. Was du labersch. Mach so labersch. Nein, nein, das ist ja bekannt nicht von Fortnite. Oder doch Fortnite. Wie auch immer, Leute. Ihr habt richtig gelesen. Heute machen wir ein Soundboard-Trolling. Und dieses Mal mit Montana Black. Verlinkung zu Monte findet ihr natürlich... So, Leute. Und jetzt, jetzt passt auf, Digga. Das ist anders. Digga, das ist... Jetzt, jetzt passt auf, Digga. Hallo. Ja, er ist ein Deutscher. Ihr wisst, was das bedeutet. Regie, Facecam an. Moin. Ihr müsst euch vorstellen, das hört man ja im Mikrofon, äh, im Kopfhörer, dass da gerade einer herläuft. Und das ist einfach... Das ist Monte so. Und das... Hallo? Hallo. Hallo. Was geht? Hallo. Digga, es hört sich so... Nichts bei dir? Es hört sich so real an. Klar. Alles gut soweit, Digga. Wo willst du landen? Egal. Ja... Wollen wir... Ah ja. Achso. Geil. Entschuldigung. Ich hab' Land am Urlaub beschissen, Digga. Ich... Wollen wir... Ach du Scheiße, Alter. Geht in die Siegehirn. Ja, ja. Ich hab'n fucking Schneemann. Okay. Okay. Ja gut. Der Song war jetzt vielleicht nicht ganz... Ganz gut. Aber das passt halt, weißt du? So, Gegner. Zwei sind das. Zwei sind das. Einfach stark, Digga. Oh, oh. Werbefreundlichkeit, tschüss. GG. GG, Digga. Willst du's schönen Abend, ne? Ebenfalls, ciao. Hau rein, Bruder, ciao. Hallo? Oh, Leute. So. Guck mal, wie nice das gemacht ist einfach. No, ciao, Digga. Hallo? Hallo? Was geht? Alles fit im Schritt? Ja. Ah ja, okay. Wo willst du landen? Äh... Pleasant. Nice. Erzähl mich, dich da vertreffe. Er glaubt sein, weißt du? Digga, er glaubt. Ja, ich bin noch da. Er so, ich bin noch da, Digga. Ich bin noch da. Junge. Äh, wegen Dortmund. Nice. Das Ding ist, mein Bruder, der guckt immer deine Streams. Ah ja, okay. Ah ja, okay. Ich kann theoretisch auch mal kurz ausrufen, aber... Scheiße, nimmst du da. Digga, man, du lachst. Erzähl mich auch so mit ihm. Oh mein Gott. Digga. Er ist auch ultrabeschissen, Digga. Danke dafür, NVIDIA. Ja, moin. Alter, wie geil hat er das denn jetzt gerade gemacht? Digga, was? Holy... Seht ihr, was für eine Bearbeitung hinter diesem Video steckt, Leute? Oh, nice, Digga. Dann gibt das Programm einfach den Geist auf. So, Leute. Scheiße, nein. Okay, wieder angelaufen, komm. So. Nix, YouTube. Hallo, hallo. Hallo. Was geht? Alles für den Schritt? Yes. Wo bin ich zu landen? Nice. Er checkt es nicht. Wo kommt es her? Digga, das triggert halt schon hart. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr in der Lobby seid, da spricht gerade Monte so. Und ihr sagt, ja, lass, äh, schlirpi. Und er sagt, yo, okay, nice. Und dann fliegt er wirklich dahin. So, wo ihr angesagt habt. Ah, ja. Digger. 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 Oder sowas, Digga. Er sagt, er kommt aus Thüringen. Ja, Thüringen kenne ich. Ja, ich glaube, ich schlissen, Digga. Ja, Sweeping. Digger, was? Ist so hart. Ja. Das macht er alles mit Hotkeys, Leute. Ha, Milchschnitt. Ja, der fängt gerade schon wieder am Ende. Ich fliege ja gerade, wirklich. Digger. Jetzt habe ich den scheiß Eishill stehen gelassen, Alter. Wo kommst du her? Oh, fuck. Oh, gut gekontert, Digga. Oh, haha. Weil bei Soundbots eine Gegenfrage zu stellen, ist nie gut, Leute. Ja, scheiße, ich habe kein Buxtehude im Soundbord. Egal. Ah. Sie können den Späte. Guck mal, er sichert, Alter, er gibt, er gibt richtig Ehren, Leute. Ehren, Mann, er gibt Pumpgun. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was er sagt. Irgendwie so nice oder so. Oh, scheiße. Ist der echter? Nein. Warum meldst du dich dann so? Nee. Haha. Nee. Digga. Nein. Du heißt auch genauso wie Montag. Ja. Ich sage dir ganz ehrlich. Vorne Gegner, vor dir. Auf 330. Ja. 330. Leute, es passt auch noch. Es passt halt wirklich 330. Lachschuh, Leute. Also, ich laufe über rechts hier, Digga. Also, kann ich eines nicht schreißen oder so, aber ich denke, dass du ein Echter bist. Nee. Ja, weil man das nicht glaubt, Leute. Man glaubt das halt nicht. Digga. Also, wenn wir echt blössig, hab keine Ahnung, wie die von dir geguckt. Also, wenn wir echt blössig, hab keine Ahnung, wie die von dir geguckt. Okay. Könnten wir da noch eine Runde zocken? Ja. Ja. Klar, Digga. Ich hab dir eine Einladung, also, ich hab dir eine deutsche Frage geschickt. Ilumarum. So, guck mal, guck mal, deine Mutter anrufen. Ich labere ihn einfach voll mit dem Soundboard. Und? Bruder, du nimmst jetzt deine Hand, hältst du deinen wundervolligen, wundervolligen Anus und ziehst dir den Stock aus dem Arsch. Was hältst du denn davon? Ha, 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 ha. Dein Gott. Why? Zu geil, Digga. Loil. Schau mit dem Video. Deswegen, Leute, ich sag's euch. Also, ich weiß nicht, der hat bestimmt noch mehr Videos. Deswegen, checkt den Jungen echt mal aus, guck mal, er verlinkt sogar auch noch. Also, was ist das für ein Ehrenmann, Freunde? Er verlinkt sogar noch Monte, obwohl Monte das niemals brauchen würde. Oder, ich sag mal, drauf achten würde. Deswegen, Freunde, checkt diesen Kanal wirklich aus. Ich hab ihn ehrenhaft natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, Freunde. Gönnt ihm 200 Abos. Komm, wenn wir 200 Abos hier schaffen, Leute, wäre das richtig sick. Würde mich sehr freuen. Haltet ein bisschen zusammen mit der Community, Freunde. Ein bisschen unterstützen. Gegenseitig ist immer gut. Deswegen lasst hier auf jeden Fall ein Like da, ein Abo da, Leute. Ich würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Peace and out. 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 Peace and out.